Herzlich willkommen zum FCA TV. Heute gibt es eine neue Folge und wir spielen das Spiel Was sagst? Heute spielen Felix gegen Felix und jeder von uns liest fünf Begriffe vor, während der andere Kopfhörer aufhat. Los geht's. Hörst du mich? Test, test, ruhig. Okay, warte. Erste. Innenverteidiger. Innenverteidiger. Was mit L? Innenverteidiger. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Innenverteidiger. Innen. Innenverteidiger. Wow, richtig, ne? Stimmt, stimmt. Das ist schwer. Zwetschgen. 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 Daci. Wie lange ist das Wort? Okay, warte. Ich muss mich konzentrieren. Zwetschgen. Daci. Zwetsch... Oh, kann ich mal aussprechen. Zwetschgen. Daci. Warte, nochmal, nochmal. Zwetschgen. Daci. Das ist aber auch sehr schwer. Ist es schwer oder ist es nicht schwer? Zwetschgen. Daci. Zwetschgen. Daci. Ach, das ist ein wohnenloses Wort. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich. Rade. Okay. Nächste? Okay. Ja. Rote Teufel. Rote Teufel. Günther. Zwei. Zwei, ja? Zwei? Zwei Wörter? Ja. Rote Teufel. Unser. Rote. 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 Gute. Rote. Rot. Rote. Guter. Rote Teufel. Guter Freund. Fast. Aber auch gut. Schwierig. Rote Teufel. Gute. Gute. Ja. Gute. Und dann noch was zweites. Gute Chance. Ja, lass mal durchgehen. Stimmt, stimmt. Ich war doch richtig mit einrot. Ja, war gut, war gut, war gut. Aber neues Wort jetzt oder gleich? Neue Wort. Vier. Ich weiß nicht mal. Okay. Kükük. Kükük 먹방. Kükük. Sachen. Kükkük. Sahin. Kükkük. Schein. Ja, ich kann das nicht. Aber auch schwer, auch schwer. Ist schwer, schwer? Schwer? Schwer. Kükkük. Schein. Udo Kai. Was? Richtig? Nein, nein. Kükük Sahin. Wie kann das denn fast richtig sein? Udo Kai. Felix Udo Kai. Kükük Sahin. Ist Spieler. Mach nochmal. Kükük Sahin. Kükük Sahin. Wow Junge. Richtig. Kükük Sahin. Fünf. Ultimatum. Kantersieg. 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 Was? Kantersieg. Angriff. Kantersieg. 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 Kalter Sieg, Kalter Sieg, wohl als schwerer als alles andere. Stark, aber wie viel richtig? Drei. Wow. Was war das andere? Stark. Was war noch? Rote Teufel, das ist ein guter Freund und Zwetschgen-Datschel. Das ist übertrieben. Das ist wundlos. Musik Weltklasse. Bist du bereit? Diese Musik, Legende. Frauen. Frauen. Also Männer, Frauen. Männer, Frauen. Die Musik klingt nicht ehrlich. Männer. Du? Nein. Männer, Frauen. Vorne? Hitten. Aber also Männer, Männer, Frauen. Ball? Nein, kein bisschen. Keine Chance, dass du es sehr willst. E-M. Gegen? Gegen? Nein. E-M. E-M. Zwei Buchstaben. Okay, zeig weiter. E-M. 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 Spielen, spielen. Fußball spielen. Ja, aber E-M. Laufen? Nein. Was für laufen, Alter? Ey, ist so schwer. Okay, warte. Immer noch das Wort? Ja, ja. Immer noch das Wort. Ja, ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe Angst, aber... Frauen... Faulen? Nein. F ist gut. Frauen. Frauen. Fallen? Frauen. Ja, Frauen. Ja, ja, genau. Weiter? Ja, weiter. E-M. Frauen hält? E-M. 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 Frauen helfen? E-M. Fernseher? E-M. Diese Musik. Nächster. Okay, okay. Zweite? Straßenbahn. Straßenbahn. Aber ich sage, das kennt er nicht, weil er... Aber er ist ja aus München. Darf ich was anderes probieren? E-M. Tram. Tram. Apfel. Wow. Ja gut, wir stoppen das jetzt. Ja, Bro. Tram. Nochmal? Tram. Nochmal? Tram. 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 Ball. Was für ein Ball? Das ist ein kurzes Wort, ne? Ja, ja, ja. Tram. Tram. Ja. Wieso sollte ich ja sagen? Wieso? Nein, das ist das Spiel. Unmöglich. Unmöglich. Wie hast du drei Stück geschafft? Keine Ahnung, Bruder. Das war... Bro, mach schnell jetzt. Musik kurz. Leise. Lied ist zu Ende. Mach schnell. Tram. Tram. Ja. Hier steht Straßenbahn. Straßenbahn. Ja, das kennst du doch gar nicht. Du kennst doch Tram, oder? Straßenbahn. Doch, kenn ich. Ja, okay. Ich dachte wegen Münchner und sowas. Ja, jetzt muss ich wieder da. Seitenwechsel. Taxi. Ich sag ein Wort mit 17 Buchstaben und er sagt Taxi. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Irgendwas mit Fahren? Nee, gar nicht. Kein bisschen. Ähm, darfst du ein bisschen was zeigen? Oder besser ein bisschen? Seitenwechsel. Flugball. Flugbahn? Seitenwechsel. Hat es irgendwas mit Fußball zu tun? Ja, ja. Ja? Ist es irgendwas mit Flugball? Ball? Ja, ein bisschen, ja. Seitenwechsel. Nach vorne? Nee. Nicht nach vorne, nee. Lupfen? Nee, nee, nee. Nicht nach vorne, sondern Seite. Was ist das? Nach vorne schießen. Nach vorne. Nach vorne. Rechts. Den Bein nach vorne schießen. Ach. Okay, wir machen nächste Wort. Nee, ist egal. Mach nächste. Komm. Bro. Okay. Ähm. Kuh. Ich weiß selber nicht mal, wie man den ausspricht. Kudusu. 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 Uhu. Uhu. Kudusu. Kudusu. Uhu. Was für Uhr? Nein. Kudusu. U. U? 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 Oder O? Äh, nein. Aber Spieler. Kudusu. Kudusu. Udukai? Nein. Aber Spieler. Kudusu. 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 Ja, genau. Ja, genau. Aber wer? Kudusu. Hä? Er hat nicht Fukuila, aber ich weiß nicht was er hat. Ach, du hast mit Fuku. Ja, klar. Ja, ja. Kudusu. Was hier? Udukai? 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 Kudusu. Spieler. Spieler hier. 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 Spieler. Ja, ja, ja. Ah, okay. Kudusu. 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 Hier, Haare. Weißt du doch. Kudusu. Ja, ja. Ja, Mann. Da bist du doch, Alter. Äh, boah. Okay. Letzte, ne? Ja, letzte. Ähm. Blutgrätsche. Irgendwas mit Buch? Also ... Buch? Blut. Boom. Blut. 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 Müll. Blut. Null. Nein, Blut. Bull. Bulle. Blut. Fluch. Blut. Was? Blut. Bluch. Blut. Blumen. Blut. Blumenkohl. Blut. Blut. Blu. Blu. Blut. Blus. Blut. Hä? Blut. Bus. Blut. 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 Hä? B ist gut. Buch? Blut. Nein, nein, nein. Büchse. Blut. 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 Ja, gut. Aber geht noch weiter. Weiter. Grätsche. 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 Blut. Ausweis. Blut. 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 Blutspenden. Grätsche. Grr. Blutabnahme. Grätsche. Bluttransfusion. Bruder, denk mich so komplizieren. Blutentnahme. Blut. Blutspenden. Hä? Grätsche. Blut. Grätsche. Was ist das? Grätsche! Grätsche! Fußball! Blutgrätsche! Wenn ich dir nichts gezeigt hätte, der hätte gar nichts. Das ist Wahnsinn. Diese Musik macht einen verrückt.